Wer kann erst mal nochmal? Wer kann auch? Ne, zurück. Das nochmal. Achso ja. Mir fehlt ein bisschen. So, und ich. Ähm, mich tausche ich jetzt aus gegen Budo. Äh, ja. Quatsch. Nein. So, und was mache ich mit der Budo? Ja, okay. Was mache ich mit Budo? Angriff, ganz normal, oder? Gut. Achso, ne, dann muss ich das anders machen. Mal mit Schwarzpacki. Ähm, Blitz. Blitz. Blitz wahrscheinlich, ja. Das war okay. Okay. Aber er macht auch. Angriff. Und er macht. Ja. Ja, okay. Jetzt kam ich dann doch rechtzeitig. Gut. Walu ist halt nicht so... Walu ist halt nicht so... Okay. Okay. Also er darf noch einmal. Ähm. Wer raus? Okay. Ähm. Äh. Weiß Magie ist das. Ist das Vita? Ja. Guck wie Lulu. Sehr schön. Aua. Ja. Toll. Weißt du mal. Ich bin immer... Bisschen schneller als... Wie es bei der Idee ist. So. Wer ist das da? Lulu. Äh. Schwarzmagie. Blitz. Ähm. Wer ist jetzt dran? Er. Er macht auch. Ähm. Gut. Dann macht jetzt... Sie macht Weiß Magie. Vita. Auf... Nein. Auf ihn. Das ist gut. Ähm. Sie ist dran. Spaß Magie. Glitz. Und jetzt er macht auch das. Und sie wird es ausgetauscht. Durch den hier. Und der macht... Ne, das macht er nicht. Klar. So, dann würde ich sagen, dass Lulu tatsächlich mal ausnahmsweise den da weg macht. Oh, das war aber ein bisschen wenig, ne? Oh, oh. Oh, oh. Und jetzt... Schafft. Okay. Oh. Oh. Na, wir haben es geschafft. Irgendwie. Weiß nicht, ob es ideal war, aber... Was macht denn der jetzt? Ach so. Ach so, ich bin tot. Gut. Ja, klar. Es war mir so klar, dass das Ding jetzt flippermäßig abgeht. Und... Das sieht aber auch so ähnlich aus wie in dem Klockato-Video. Und wenn es tausendfach... Ähm... wie in dem Harz ist. Oh. Ich hab keine Juna mehr. Macht nix. Da hab ich Telefine. Die helfen mir. Und das ist... Hm? Ähm... Wer ist dran? Das kann ich. Mhm. Naja. Ach so. Das Telefine helfen mir. Ah genau. Mach ich auch. Ah ne. Ich bin nicht dran. Ich mach... Schraube. Na super. Wer ist dran? Ich... 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 Das war ja auch nicht so viel. Das werden ja immer mehr. Äh... Äh... Wer ist dran? Ich... Ich... Oh oh. Ja. Wer ist dran? Ich... 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 Ja... Guck mal... Du hast da das Mädel... Die jetzt schon sehr zutraulich wird... Und Freunde neue... Aufgabe... Ist auch toll... Ich... Ich... In dem anderen warst du nur ein Superstar... Orta... Kedika... So... Sobald ich wieder... Mich bewegen kann... Und ich wieder Herr der Lage bin... Hab ich's doch ihr schon gut erzählt... Warum sagen wir... Summoner... Als Medium... Ist ein Beschwörerin... Ah... Thanks... BT... Our loved ones... We feared they would become Fiends... Aha... Please... Take me to them... Dauert wohl noch ein bisschen bis ich was tun darf... Ah ja, da bin ich... Und... Noch nicht... We'll go see what we can do to hop in town... Eh? Ja... So... Ich bin sofort wieder da... So... Dann lass uns mal gehen... Erstmal speichern... Nicht immer... Ah... Oh... Hab ich das jetzt gemacht? Nee... Gut... Danke für den Hinweis... Juhu... Vorsicht... Hier ist nicht alles drittfest von mir... Das geht's nicht weiter... Ja... Ja gut... Irrt doch mal mit... Oh Gott... Ja gut dann... Machen wir vor dem zweiten... Okay... Okay... Leib lose... Mhm... Nicht lieblose sein... Leib lose... Gut... Also bevor wir in den Tempel gehen... Machen wir auf jeden Fall Schluss... Vielleicht... Ich find die... Ich find die... Hm... Die ist schon sehr heiß... Also sie ist ja vom Stil... Aber die andere ist mit zum Mädchen... Ja... Das können wir dann machen... Vielleicht kram ich dann auch so... Dass ich dann nicht nur eine Restfolge habe... Sondern... Oh... Übers Wasser gehen... Das... Das gab's doch schon mal... Das... 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 Die ist schon... Sie ist mir wie gesagt viel zu... Mädchenhaft... Ich weiß einfach nicht... Also ich war ein bisschen matchtattich... Ich finde die Kameraführung bei diesem Spiel immer schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr sexuell irgendwie. Man sieht immer so irgendwie alles, was man sehen will als Mensch mit Affinität zu Schlüsselreizen. Nein, 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 wachen wir nicht. Keine Best-Girl-Debatte.